Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zum Video 4.3.1 Gebrochenrationale Funktionen und schiefe Asymptoten bzw. Ernährungskurven. In dem Video 4.3 haben wir uns ja auch schon mit Asymptoten beschäftigt. In diesem Video haben wir das Verhalten von gebrochen rationalen Funktionen f untersucht, strebt x gegen Plus oder Minus und Endlich. Dabei haben wir drei Fälle unterschieden. Bei dem ersten Fall ist der Zählergrad kleiner als der Nennergrad. In unserem Beispiel ist der Zählergrad 1 und der Nennergrad 2. Sollte dies gegeben sein, so strebt f gegen 0, wenn x gegen Plus oder Minus und Endlich strebt. Es gibt also eine waagrechte Asymptote mit y ist gleich 0. In dem zweiten Fall sehen wir, dass der Nennergrad gleich dem Zählergrad ist. Sowohl der Nennergrad als auch der Zählergrad ist 1. Sollte dies der Fall sein, strebt f, wenn x gegen Plus oder Minus und Endlich geht, gegen eine konstante c. Es gibt also eine waagrechte Asymptote bei c. Somit strebt in unserem Beispiel die Funktion gegen die waagrechte Asymptote y ist gleich 4 Drittel. Wer jetzt nicht weiß, wie wir darauf gekommen sind, sollte sich am besten nochmal das Video 4.3 anschauen. Für den Fall Zählergrad größer Nennergrad liegt laut dem Merksatz keine waagrechte Asymptote vor, da f gegen Plus oder Minus und Endlich strebt. Genau diesen Sachverhalt wollen wir jedoch in diesem Video noch einmal genauer untersuchen. So, betrachten wir jetzt nur Beispiele, bei denen der Zählergrad größer als der Nennergrad ist. Auch hier können wir zwei Fälle unterscheiden. Im ersten Fall ist der Zählergrad genau um 1 höher als der Nennergrad. In unserem Beispiel ist f von x gleich x² plus 1 durch x minus 1 der Zählergrad 2 und der Nennergrad 1. Jetzt betrachten wir wieder das Verhalten einmal für x gegen Minus und Endlich und einmal gegen Plus und Endlich. Versuchen wir hier eine Asymptote an den Graphen anzulegen. So sehen wir, dass es keine waagrechte Asymptote sein kann, sondern eine Gerade, die schief oder schräg ist. Zur Erinnerung, die allgemeine Form einer Geraden beschreiben wir mit der Gleichung y ist gleich mx plus c, wobei m die Steigung darstellt und c die Verschiebung entlang der y-Achse. Im zweiten Fall ist der Zählergrad mehr als 1 größer als der Nennergrad. Im Beispiel 2 f von x gleich x hoch 3 plus x plus 1 durch x minus 2 sehen wir, dass der Zählergrad 3 und der Nennergrad 1 ist. Daraus ergibt sich eine Differenz von 2. Versuchen wir hier eine Gerade anzulegen, wie wir das ja im oberen Beispiel versucht haben, misslingt dies. Wenn wir jedoch ein bisschen das Fenster ändern, in dem der Graph gezeichnet wird, wir ändern somit das Maximum des x-Wertes zu 11 und das Maximum des y-Wertes zu 55, die anderen Werte bleiben gleich, so sehen wir, dass der Graph sich zwar keiner Geraden anschmiegt, sondern einem Graphen zweiten Gerades. Man spricht in diesem Beispiel somit nicht von einer Asymptote, sondern von einer Nährungskurve. Für beide Fälle wollen wir nun untersuchen, wie sich der Graph für große x-Werte verhält, also x gegen plus oder minus und endlich. Und dann werden wir die jeweiligen Asymptoten oder Nährungskurven berechnen. Betrachten wir nun den ersten Fall, bei dem der Zählergrad genau um 1 größer ist als der Nährgrad. Falls diese Voraussetzung gilt, erhalten wir ja, wie wir schon vorhin herausgefunden haben, eine sogenannte schräge Asymptote. Um diese schräge Asymptoten nun zu bestimmen, müssen wir eine sogenannte Polynom-Division durchführen. Da ja die Asymptote im Endeffekt nichts anderes ist als eine Gerade, kann man sie auch mit der Formel y ist gleich mx plus c beschreiben. Das ist uns vielleicht eine kleine Hilfe. Bei der Durchführung der Polynom-Division können wir uns an den Prozess einer schriftlichen Division aus der Grundschule orientieren. Doch was macht man jetzt eigentlich bei dieser Polynom-Division? Im Endeffekt ist das ganz leicht, denn man teilt einfach den Dividenden der Funktion durch den Divisor. Wie ihr seht, ist der Zähler, also das, was oberhalb des Bruchstrichs steht, der Dividend und der Nenner, also das, was unterhalb des Bruchstrichs steht, der Divisor. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass ich hier noch etwas hinzugefügt habe, nämlich dieses 0x. Diese habe ich nicht aus Versehen gemacht, sondern ganz absichtlich. Bei einer Polynom-Division muss man nämlich jeden Grad eines Terms dividieren. Wir sehen bei unserer Gleichung, dass zwar x hoch 2 vorkommt und auch x hoch 0, das ist hier zwar etwas versteckt bei dem plus 1, aber trotzdem dabei, aber es gibt kein x hoch 1. Darum müssen wir, wenn wir eine Polynom-Division machen wollen, ein 0x ergänzen. Somit ist gewährleistet, dass wir nicht die ursprüngliche Formel verändern, da ja egal, was wir für x einsetzen, immer noch das Gleiche rauskommt, wie ohne das 0x, aber es ist auch sichergestellt, dass wir überhaupt eine Polynom-Division machen können, da wir ja für diese, wie schon gesagt, jeden Grad dividieren müssen. Nun zur eigentlichen Berechnung der Geradengleichung der Asymptote. Die Überlegung, die man bei der Polynom-Division immer machen muss, ist, mit was muss ich den Divisor multiplizieren, sodass, wenn ich das Ergebnis vom Dividend subtrahiere, 0 herauskommt. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend an, aber ist im Endeffekt eigentlich ganz leicht. Der erste Teil unseres Dividenden ist ja x hoch 2. Das heißt, ich frage mich, mit was muss ich x multiplizieren, dass x hoch 2 rauskommt? Die Antwort ist klar, x. Ich multipliziere somit den ganzen Divisor mit x. Also x mal x ist ja x² und minus 1 mal x ist minus x. Das ziehe ich jetzt von dem Dividenden ab. Wie gewollt fällt x hoch 2 weg. Übrig bleibt jedoch x. Um weiterzumachen, muss ich hier aber auch noch die 1 von oben nach unten sehen. So, also müssen wir jetzt uns die Frage stellen, mit was müssen wir das x des Divisors multiplizieren, sodass das x des Dividenden wegfällt. Die Antwort ist hier wieder leicht, und zwar mit 1. Ich multipliziere wieder den ganzen Divisor mit 1 und subtrahiere ihn von dem Dividenden. Wenn ich das jetzt subtrahiere, fällt das x wieder weg. Jedoch bleibt 2 übrig. Wenn nur noch eine rationale Zahl übrig geblieben ist, kann man diese durch den Divisor teilen und einfach hinter das Ergebnis schreiben. Dieser Term spielt jedoch für die weitere Beurteilung keine Rolle mehr, da klar ist, wenn ich das Verhalten für x-Werte gegen plus oder minus und endlich betrachte, strebt der ganze Quotient gegen 0 und fällt somit weg. Die Polynom-Division ist abgeschlossen und man erhält die Funktionsgleichung der schrägen Asymptote. f von x gleich x plus 1 als Ergebnis. Jetzt überprüfen wir das Ergebnis noch schnell in unserer Zeichnung. So, der y-Achsenabschnitt, den wir rausbekommen haben, ist ja 1. Und auch in unserem Schaubild schneidet die Asymptote die y-Achse bei y gleich 1. Also, das stimmt schon mal. Die Steigung, die wir herausgefunden haben, ist auch 1. Und auch bei unserem Schaubild ist klar, zu erkennen, dass die Asymptote die Steigung 1 hat. Da pro Kästchen, dass man nach rechts geht, geht man auch 1 nach oben. Das Steigungsdreieck liefert uns somit die Steigung 1, also wie wir es berechnet haben. Unsere Geradengleichung ist somit korrekt. Schauen wir nun den zweiten Fall an, bei dem der Zählergrad größer als 1 ist. Der Zählergrad in unserem Fall ist 3 und der Nennergrad 1. Somit ist die Differenz zwischen Zählergrad und Nennergrad größer als 1, um genauer zu sein, 2. Dadurch kommt keine Asymptote als Lösung in Frage, sondern eine Funktion zweiten Grades, oder genauer gesagt eine Nährungskurve zweiten Grades. Bei einer Differenz von Zählergrad zu Nennergrad von 3 würde eine Nährungskurve dritten Grades entstehen. Auch in diesem Fall kommt die Polynomdivision zum Einsatz. Ich habe das Ergebnis der Polynomdivision gleich dargestellt. Der Restterm 11 durch x-2 strebt für sehr große und sehr kleine x-Werte wieder gegen 0. So entsteht die Nährungskurve f von x ist gleich x² plus 2x plus 5. Wer jetzt nicht genau nachvollziehen konnte, wie wir darauf gekommen sind, schaut sich am besten nochmal das ausführliche Beispiel an. Dass unser Ergebnis stimmt, überprüfen wir noch schnell an unserem Graphen. Das einzigste, was wir wirklich bei einer Funktion zweiten Grades schnell überprüfen können, ist der y-Achsenabschnitt. Alles andere würde hier wohl ein bisschen zu lange gehen. Dass wir den y-Achsenabschnitt aber gut an unserem Graphen ablesen können, habe ich wieder das kleinere Fenster gewählt, falls ihr euch wundert. Wir sehen, der Graph schneidet bei genau 5 die y-Achsen. Und setzen wir in unsere Funktion x gleich 0 ein. Um den y-Achsenabschnitt zu berechnen, kommen wir auch auf 5. Die Funktion passt somit zu dem Graphen. Aus der Einführung können wir also folgenden Merksatz ableiten. Ist f eine gebrochen rationale Funktion mit f von x ist gleich g von x durch h von x, dem Zählergrad z und dem Nennergrad n, so gilt für den dazugehörigen Graphen für x gegen plus, minus und endlich im Falle z ist gleich n plus 1, der Graph hat eine schiefe Asymptote und für z größer n plus 1, der Graph hat eine Nährungskurve. So, hier habe ich nun folgende Aufgabenstellung für euch. Untersuche das Verhalten der Funktionswerte von f für x gegen plus, minus und endlich und gebe gegebenenfalls eine schiefe Asymptote oder Nährungskurve an. Überlegt euch zuerst, ob eine schiefe Asymptote vorliegt oder eine Nährungskurve. Die Lösung gibt es dann in 3, 2, 1. Wenn wir die beiden Funktionen analysieren, so stellen wir bei der ersten Funktion fest, dass der Unterschied zwischen Zähler und Nennergrad 1 ist und bei der zweiten Funktion ist der Unterschied 2. Somit wissen wir, dass im ersten Fall eine schiefe Asymptote und im zweiten Fall eine Nährungskurve zweiten Grades vorliegt. Jetzt müssen wir nun die Polynom-Division durchführen. Versuche das am besten erst einmal selbst. Die Lösung gibt es dann in 3, 2, 1. Das Ergebnis der ersten Polynom-Division ist, dass die schiefe Asymptote die Gleichung g von x gleich 2x plus 3 hat und das Ergebnis der zweiten Polynom-Division, die Nährungskurve x². So, das war auch schon mein Video zu schiefen Asymptoten und Nährungskurven und ich hoffe, ihr habt alle was gelernt. ... So, lasst uns den Kommentaren auch ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017